Musik Heute besuchen wir Herrn Wunsch in seiner Schmiede. Mit seinen 70 Jahren ist er der wahrscheinlich älteste Schmied Sachsens. Er wird zeigen, wie aus einem Stück Eisen ein Hufeisen wird. Als historisches Beispiel machen wir das jetzt in den Zenifieren, wir sind froh, wie wir das Handhaben, wie so ein paar Hufeisen hergestellt werden. Zuerst wird der Flachstall zugeschnitten. Hier gibt es verschiedene Längen und Größen. Jetzt wird ein Eisen für schwere Arbeitspferde geschmiedet. Das Wort Schmieden bezeichnet alle Verfahren, um ein Werkstück aus Metall durch Schwärme und Druck zu verformen. Wenn das Eisen richtig glüht, wird es mit dem Schmiedehammer bearbeitet und in Form gebracht. Sein Sohn ist nicht nur eine helfende Hand, sondern er wird die Schmiede einmal übernehmen. Ich bin als Junge schon oft um die Pferde mit drum herum gerannt, wenn er hier beschlagen hatte. Und habe eben nach der Wende dann, wo es immer mehr Pferde wurde, gedacht, dass ich eben auch den Hufschmied lang werde, um eben dann die Kunden zu übernehmen. Herr Wunsch möchte, solange es seine Gesundheit erlaubt, aber noch mindestens zehn Jahre in seinem Beruf arbeiten. Nachdem die Löcher ausgestanzt wurden, werden die Seitenaufzüge ausgeschlagen. Bis heute wird das Hufeisen als Glücksbringer an Haustüren oder Autogrilles befestigt. Allerdings muss die Öffnung nach oben zeigen, sonst fällt das Glück heraus. Also ich persönlich bin mit meinem Beruf das ganze Leben gut gefahren und habe auch Glück gehabt. Sei das durch Unfall, Verletzungen oder so. Ich habe den Beruf gerne ausgeübt und übe ihn heute noch gerne aus, weil er abwechslungsreich ist und auch hohe Verantwortung. Es ist immer ein Lebewesen, was eben der Kunde in den Hufschmied vertraut. Und damit erfüllt man den Wunsch des Kundens. Er hängt eben so sehr an seinem Beruf und an seinen Kunden, dass er eben auch gesundheitlich noch so fit ist, dass er die Arbeit eben gerne noch weitermachen will. Herr Wunsch hat in seiner Schmiede auch einen Stammtisch für die Leute aus dem Dorf. Das ist alles noch so ein gutes Kumpelverhältnis. Das muss man bestätigen. Und vom Schmied seiner Seite her sowieso, schon weil er uns den Raum zur Verfügung gestellt hat. Und viele sind bei uns auch Pferdeliebhaber. Und da läuft das alles hier am Stammtisch ab. Genau, so ist es. Wir achten in Helmut, da hat schon so viele Lehrlinge hervorgebracht aus der Schmiede. Wir kennen die Kerle alle noch. Das stimmt, das ist jetzt glaube ich zehn Stück. Das ist noch wirklich alte Schule und da klappt das viel besser mit der Qualität. Das haben wir zu seinem 70. gesehen hier, dass auch die ganzen Freitfreunde da waren. Da haben wir ja auch einen von Not alle festgebrannt. Zum Anstoßen nahm er nur eine leere Flasche. Denn während die anderen weiterfeiern, fuhr er zu einem Kunden, dessen Pferd ein Eisen verloren hatte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020